Was ich höchstens machen kann, Benni, ist, über deinem Account irgendwie, wenn ich bei dir bin, mit meinem PayPal-Account 10 Euro einkaufen. Du kannst einfach zur Tankstelle gehen und eine Paysafe-Card kaufen, das wäre einfacher. Aber das sollst du auch nie machen. Komm dir lieber Borderlands 2. Du hast das doch. Ja, aber das kostet. Und nur, wenn man es in richtigen Stellen kauft, 15 Euro und die ist es echt wert. Nur null fahren. Aber dafür hast du Mut dazu gebracht, wenn man ein Cockback zu drehen mag, also. Äh, scheinbar kann ich halt auf innenrenzen, die ich hier mache. Echt nice. Oben ist einer. Ja, das ist das Problem, du wirst nicht. Habe ich gerade weggemacht. Der ist an. Komm her! Und wieder weiß man ins Gras. Sniper. Was, Sniper? Für mich! Wenn das ja alles weglaut. Hau, ha, 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 ha. Wie schnell wie es geht, irgendwas einpacken dann. Du hast noch nie im Public Borderlands gespielt. Ehrlich, wenn du mit fremden Leuten spielst, ist das einfach nur einsacken, 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 einsacken. Ach, ihr wollt auch noch was. Wie die Polen hintereinander weg. Geht mir halt, dass ich nicht vertraut habe, aber für Schulzügeleisungen ist jetzt keine Zeit. Toll. Frauen. Und ist schon unterwegs zur Kammer. Was passiert denn jetzt? Mach die Schlampel fertig. Ich will manchmal andere abgeben, oder? Marco. Hm, ja. Es ist einfach nur, dass wird hier dieses Echo-Netzwerk wieder aktiviert. Ist das dann die letzte Mission? Das klingt so. Ja. Die hat den Schlüssel und wir müssen jetzt dann noch die Böse. Die ist schon auf der nächste Kammer. Wir müssen noch die Böse des Schlampel wegmachen. Genau. Wir müssen jetzt aber irgendwo da hinten. Wie scheiße das auf Deutsch klingt. Ha, ich kann dich sehen. Oh, nee, ehrlich, auf Englisch klingt das so viel besser. Wie, was ist auf Englisch? Es klingt schon so ähnlich, aber der Tonfall ist nicht so selten dämlich. Aber ich war erstmal erstaunt, dass sie so viele Emotionen in diesem Ding... Wie weit hast denn du Borderlands 2, das Let's Play, geschaut? So, naja, die hier haben halt die Stadt wiedergefunden. Okay, weiter hast du nie geguckt? Ja. Ein kleines bisschen, aber die haben dann nicht so viel Storycasts weitergemacht. Okay, dann weiß ich, warum du dich wunderst, dass sie Emotionen bringt. Sind das denn, dass wir schon wieder an der selben Stelle sind? Wir laufen mehrfach durch dieselben Gebiete, aber das ist schon seit Anfang an so. Aber wir müssen noch irgendwas, eine andere Quest annehmen. Bei mir steht MG, Magazin und Procose und Procose und Procose. Naja. Naja, machen wir doch gerade, sind wir auf dem Weg dazu. Achso. Oh, fast mit Emotionen tot im Kopf. Irgendwie lag ich gerade, hab ich das Gefühl. Du lagst? Na, das kann ich mir vorfragen. Da wirst du bloß, dass ich lagge. Freust dich immer. Da ist was blaues, da ist was blaues, da ist was blaues, da ist was blaues, ist eh deins und bringt dir nix. Diesmal nehme ich es aber mit hier. Dafür gibt es das Auto hier, Marko. Ihr habt mich nicht mehr mit. Werden wir wissen, wir sind im Menü, gehen wir raus. Das ist so geil, woran ich jetzt hängen geblieben bin. Diese unsichtbare Wand lässt sie nicht passieren. Das war vielleicht so ne Forever Alone Wand. Hm? Warte mal. Denk daran, das Handelsnetz zu nutzen, wenn du was brauchst. Ich schätze, du findest da einige nützliche Sachen. Dann nach vorne. Wäre nett, wenn ihr noch halbwegs roten würdet. Kann man nicht schnellreise irgendwo aktivieren? Ja, eben. Da... Boden, musst du mich mal ein bisschen lotsen, wo ich schnellreise ist. Ja, fahr so weiter, jetzt rechts. Rechts die Straße ohne. Ja, ich werd bloß grad dagegen gefangen. Wir haben keine Zeit mehr. Und jetzt hier an der Stelle. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Genau. Äh, wo müssen wir hin? Ich werd grad verfolgt. Rust-Comons-East. 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 Rust-Comons-West. Rust-Comons-East. Heißt schon mal, nein. Nein. Es ist middle of nowhere, oder? Reise! Mach den! Mach den! Hang! Und werd geschossen. Chill ma, Wilma. Immer dieser Stress. Ich ging grad in irgendeinem Baum. Und er hat die ganze Zeit auf mich geschossen. Also Auto. Ja. Hm. Hm. Apfel. Was ist bei dir los? Hm, Apfel? Hm, ich hab'n Apfel gegessen. Also ich esse jetzt Apfel. An apple a day keeps the doctor away. One apple. An apple geht auch. Äh, ich hab'n lila, äh, Combat Rival bekommen mit 133 Schaden. Hm, Orangen. 133 Schaden? Ja. Und? Weiter? 67 Zielgenauigkeit, 11,5 Feuerrate, 43 Kugeln im Magazin. Nee, kannst du tun mit, was du willst. 126 Schaden, 74,4 Zielgenauigkeit, 12,5 Feuerrate, 27 Kugeln im Magazin. Darf's auch verkaufen. So. Monster Smash haste, ermöglicht Explosionen mal 3. Die miese Steel Havoc. Äh, wir müssen zur Vault, okay. Also zum Gebiet, was zur Vault heißt. Na toll. Mann. thy lache, Alter. Ich bin immer so Crimson enclave wieder. Ich hab' keine Ahnung wo die ist, deswegen bitte ich einfach da wo wir grade hin- gerade eben waren, wieder hinreisen. Ja. So, alter fertig. Aus. Nein, noch nicht. Lade ich. Ich hab heute kein W.O.T. gespielt. Schmeißt den Clan direkt raus. Ja, genau. So, genau. Dahinten müssen wir mit hin. Oh ne, da waren wir doch gerade, oder? Ist das nicht nur ein Auto? Da müssen wir irgendwo anders hin. Ja, genau. Hätte man doch einfach fahren sollen, naja, egal. Ne, ne, können wir da nicht direkt hinreisen? Ne, zu dem Gebiet auf jeden Fall nie. Aber ich weiß nicht, wo das Gebiet anschließt. Das ist immer das Problem. Das ist noch so ein Grund, warum ich Borlands 2 spielen will. Weil da kriegst du immer die Markierung, wo du hinreisen musst, was der nächste Punkt ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt nichts gekannt. Aber die Gegner sind nicht da, diesmal. Ja, wir haben doch alle besiegt. Moment, hier war doch was. Auto und so. Ja, ich hab vor kurzem noch was Mieses gelesen gehabt. Ähm... Franzosen haben ja Pock erfunden. Die Sportart zum Weglaufen. Was haben die erfunden? Die Sportart zum Weglaufen. Was? Ich will den Namen von der Sportart wissen. Ja, Papour. Papour. Na, raus. Das ist wie, äh, verkaufe Gewehr, französisches Gewehr auf Ebay. Null Schuss abgefeuert. Unbenutzt. Ja. Gut, dass die Franzosen bei World of Tanks nie drin vorkommen. Die würden nur verlieren. Doch, es gibt... Gibt auch französische Pannen, da sind meistens die am meisten gepanzert sind. Stimmt, ja Renault ist ja drin. Ja. Was, das sind die, die am meisten gepanzert sind? Nein, die am wenigsten. Ja. Die schon klar war rum. Die am vielsten sind. Rechtsrum. 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 Rechts, rechts. Wir fahren rein. Binderweil ist geradeaus. Immer auf der Straße so. Rechts am Stalingrad. Irgendwie ruckelt es gerade bei uns. Jetzt die nächste links. Links, 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 links. Was? Ach, da links? Da rein? Ja. Ich dachte, dass es da reingeht. Deswegen sag es ja. Ich stehe auf eurem Fahrzeug. Schön, dass du auf Autos stehst. Ich hab heute mein Auto mit Hand gewaschen. Ich sage, du stehst auf Autos. Viele lustige D-Shop. Voll auf. So. Das ist ja wieder ein knallharter. Man, der knallhart ist das. Sechs Meter am Arsch. Die sind ja auch Level 33. Die sind nur Level 34. Die sind gerade zu nah an unserem Level. Muss ich immer so sagen. Boah. Sack. Mist. Oh, verdammt eh. Hinten, hier kommt er ja noch. Mann, 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 Mann. Wo ist denn der zugehörige Typ dazu? Ah, hier. Da steht er doch. Ich brauche erstmal Schild. Wie schmeckt dir das? Das ist ganz lecker. Kohle, 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 Kohle. Ich auch. Wir haben alle mal Sinnlos reingeballert. Aber die sind mir zu weit weg. Und wie kommen die nicht? Die kommen hier ran? Da schießt du nur den Inneren zurück? Wenn ihr das seht, ey. Die brennen alle voll Säure. Verrecken langsam. Die gehen alle drauf an der Säure. Ist das geil. Huch. Wo sind die Rest? Da ist noch einer. Die Säure ist halt auch super effektiv gegen die ganzen Schilde. Ja. Legt ein Combat Ripple rum. Nein, boah. Wir tragen mit 90 Schaden. Es geht mir schon besser. 370? Ich glaube das... Wer einer von euch haben will. Ich brauche es nie. 390. 370. Ich habe es gerade vor mir liegen. 370. Da liegt was in einem Stein. Lol. Hol es raus. Ja, hab ich ja. Dann hol mal die Kohlen aus dem Stein. Wir sind dann irgendwo da echt runter. Ja. Schon mitbekommen. Ist ja auch bloß nochmal um hier irgendwie... Munition aufzustocken. Ja. Das sind keine Granaten mehr. Oh. Könnte man gut sterben, wenn man hier so was... zu blind läuft. Ja. Ich häng. Der war fast hochgefallen, ey. Ich hab's mir schon fast geklappt. Ich hab's mir schon fast geklappt. Ja. Ich hab's mir schon fast geklappt. Ein Wächter. Wie der aussieht. Wie mein Kuscheltier. Hm. Was haben deine Mutter mit dir getan? Du musst unbedingt zur Kammerheil. Was? Und eine zweite Gelegenheit kriegen wir dich in diesem Leben. Was? Wenn ich... Oh, ist ja richtig schön grün hier. Was hat denn deine Mutter mit dir getan? Das... Das... What the fuck? What the fuck? Ähm... Knallharter Wächter. Hm. Danke. Hat jemand ne Stromwaffe? Komm runter. Feigling. Nee. Hab ich gar nicht. Wär jetzt aber echt günstig gegen den Typen. Du, das ist gleich weiter vorne, das hier hinzustellen. Ist weg. Oh, und da ist er nämlich selber auch dann so gut wie tot. Ey, das ist sowieso geil. Der Pilt-Deck ist 8000. Ohohoho. Ich weiß, das ist ja noch mehr. Ach, du Schade. Das ist ja geil für mich. Ja, ich hab'n Gold. Hast du nie gesehen, was da für ein übelster Schwarm hochgekommen ist? Ja, das waren auch nur Vögel. Also, das sind hier Trashfeeder über uns. Kannste pullen. Kannste einfach kaputt machen, weil die sind Level 1. Sniper und wie leidet es mit jedem? Moment, gleich. Sind du. Oh. Die hab ich irgendwie übersehen. Überlebenskünstler. Soll ich sogar besser sein, dass mein jetziges. Also, auf jeden Fall bringt's mehr Leben. Fürs Team. Wir müssen hier runter übrigens. Woah. Woah. Angst. Du musst ja nie unbedingt da runter springen, wo's so super gefährlich ist, Marco. Auf der anderen Seite wärst du das Reiter gewesen der Weg. Ich geh bei Marco nicht. Da ist aber ne Waffengisser. Achso. Eben. Willst du springen? Dann musst du da hinspringen. Dann musst du Sprung-Action machen. Dafür ist es ja. Wuhuhu. Wie komm ich da wieder zurück? Ist du wohl? Du musst runter springen, Marco. Immer noch. Spielen unter dir. Iroble Shotgun, lass mal. Gucken. Was ist denn für'n Sniper? Lila, blau, grün. Blau. 200. Wie viel Schaden? Ja, wenn's 200 Schaden ist, kannst du's behalten. Aber du musst einfach runter springen, Marco. Ich bin ja auch schon hier runter. Ach, dann kann ich nicht sterben. Nee, du nimmst ein bisschen Schaden vielleicht, aber du stoppst nie. Hättest du vielleicht nie ganz durchspringen müssen, sondern hättest du das auch nie ganz vor. Auf den Vorsprung dazwischen springen können. Ich bin gewiss ganz runter, also fast ganz runter halt. What? Äh, da ist noch was oben. Ja, wo, wo denn? Oben. Aber ich glaub das können wir vernachlässigen. Aua! 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 Ah, das ist irgendwie... Aua! Irgendwie ist's verpackt gerade, das kommt gar nie runter. Ich hab den aber mit Säure abgeschossen von daher. Ah, du hast es geschafft. Ja. 1000 kriegen wir schon die ganze Zeit ab für den Knall, erstmal von 8000 bekommen. Oah, ist das da drüben die Kammer...stein? Das sieht zumindest wie Ausgrabungsstädter aus. aus, ja, und jetzt kriegen wir die Schmiede-Räse. Da unten ist wieder ein knallharter Wächter los. Ey, lass mich doch mal ein bisschen jetzt hier die Landschaft genießen, ne? Mensch, diese Dägel-Gott-Räse. Au, 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 au. Baller. Einer verliert schon wieder die ganze Zeit mit seurer Schaden. Verliert Schaden. Ja, genau. Unter uns ist ein knallharter Wächter. Ja, ist schön. Der sieht sogar ziemlich geil aus. Ich hau hier grad auf den knallharten Wächter drauf. Der hat nämlich fast kein Schild mehr. Ah, er hat kein Schild mehr, er hat kein Schild mehr. Er ist tot. 7000. Wow, jetzt bin ich tot. Kann mir kurz jemand helfen von euch, Beten? Ja, ich bin. Beten Camper da oben. Ah, warum sind mir beide alle Runde gesprungen? Weil sie so gehört. Kämpf wie ein Mann. Ich bin mir im Maul. Das ist schwer, aber... Versuch's doch mal wenigstens. Immer mit Mann sein. Nächstes Level. Jawoll. Aber wirklich alle sind grad gleichzeitig ins nächste Level gekommen. Ne, ich nie. Doch. Ach ne. Okay, dann nie. Ich dachte, weil es oben drei Sachen angezeigt hat. Trenny, nicht denken. Ich denke auch bei Spielen normalerweise. Dann steht jemand. Dann steht jemand. Ja. Ja. Also schön markiert. Au. Macht's in der Gesetzeskunde hin zu mir. Nächstes Level. Gibt's ne blaue Classmord für den... Für den Soldaten. Bei der Schütze? Classmord? Hm. Kommando. Gibt's da irgendwas interessantes? Ne. Auch für mich. Du kriegst nur noch was für dich hier am Ende, hä? Äh. Kann ich einsacken, oder willst du das nicht Morco? Ja, auf allen. Und da hat's schon Morco genommen. Au. Au. Morco, kannst du mal kurz nach rechts? Danke. Leute, es ist kein Wunder, wenn wir hier Schaden nehmen. Wenn von hinten jemand angreift. Hm? Von hinten? Ja, von der Seite. Mann, 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 Mann. Oh, das hat wen getan. What? Wieso ist das explodiert? What? Hinter uns stand übrigens noch jemand, ne? Das ist kein Wunder, wenn ihr abgeschossen werdet, wenn ihr in Ruhe nach vorne schießt. Verarschen. Kann ich alleine. Gut. Hatte ich auch so vor. Ich hatte ein bisschen runtergeschossen. Okay, das hilft. Alles klar. Hey! Die wollte ich vielleicht mal haben? Ja, wenn ich die angucken habe. Na und, aber dafür ziehst du dreimal so schnell? Wir haben nie ohne Grund die Aufteilung gemacht. Warte mal. Ja, äh, äh, ja. Wir werden... Er nimmt die SMG auf die... SMG ist für Guppy. Deine sind die Schrotflinten. Ja, ihr habt... Sniper, Pistol und... Revolver. Ja, hab ich. Und ich hab nur Schrotflinten und Dingern. Raketenwerfer. Ich hab auch nur... Ich hab nur Combat Wifles und, äh, SMGs. Ja. Ich hab auch nur 2 Waffen. Bei mir ist das nur ne Ausnahme, weil halt die... Ich... Mein Skilltree geht für Beta-Warten von Handfeuerwaffen. Zählt der. Ja. 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 Eridian... Mit irgendwelchen Artilleriezeug schießt der aber. Komm doch zurück. Ich hab doch trotzdem jetzt hinterherlaufen und schießen. Durch den wir 1,24 Millionen jetzt. Können wir jetzt oder habt ihr immer noch? Ne, ich bin noch bei einem. Auf. Auf. Ziel getroffen. Kommt selber durch. Oh, was schiebt denn der Erfbrechstum? Böse. Artilleriezeug, musst du eigentlich was ausweiten. Ja, man hört dich wieder flücken. Tut mir leid, Artilleriezeug. Alter. Ja. Mann, 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 Mann. Kann der mal in... Der Schild runter ist nicht mehr. Boah, kann ich mich 22 draußen auf das Ding? Nicht geguckt. Geld einnehmen, du da, du da. Wie viel ist denn der SMG momentan wert, Felix? Weiß nicht, ich hab jetzt aber keinen Bock nachzugucken. Ja, dann. Aber da kann... Ich hab jetzt eine Orientierung, wann ich dich mal fragen muss, wenn der in der 11B liegt. Wie viel die Wert ist? Ja. 8.000, 3.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. Aber irgendwie fängt das nicht wirklich. Wo ist der Erzlöchter? Oben. Hier um die Ecke erst. Du gehst die ganze Zeit, guck einfach dahin, wo die Raketen fliegen. Das ist ganz wenig mit dem Säure, das ist echt mies. Da gegen Schilde, der Säure nicht auf dir hilft. Da ist der Erzlöchter. Da ist der Erzlöchter. Oh. Ne, 2200 bringt's. Okay, 2200. Na toll. Ach cool, da sind ja schon die nächsten. Das hat der Knall. Hat er wieder, super. Oh yeah, das war ganz meine Ahnung. Ist ja wie Weihnachten. Ist ja auch bald Weihnachten. Na, hat auch noch den. What the fuck, was kommt denn da von oben? Was kommt denn da von oben geschossen? Was kommt denn da von geschossen an? Was ist zum Geier? Erzlöchter. Ja. Aber das ist so viel auf Ender schießt, aber ich nutze es mir vorhin nie aufzustellen. Boah, Alter. W, Erzlöchter sind das übrigens, ne? Alter. Ja. Da müssen wir nebeneinander stehen. Geht's doch einfach in der Entdeckung. Eno ist tot, Eno ist tot. Sonst werde ich auch tot. Jaaaa. Ich muss was laufen. Ich würde auch gerne da hoch. Irgendwie klappt's nicht. Hier drüben geht's hoch. Hier hinten geht's hoch, so rum. Äh Leute, einfach mal außenrum rumlatschen. Das wär zu einfach. Ja, ich merk schon. Seht euch die Scheiße an. Dein Vasilis sieht die Scheiße an. Ja, hab ich auch grad gehört. Für mich. Und das stimmt so geil. Das ist totaler Rotz. Gut, das ist vierfach Säure, aber das ist 198 Schaden. Und übelst ungenau. Ja, für Genauigkeit musst du halt zogen. Nee, das ist ja, hat ja noch selber, wie bei anderen Spielen auch so selber noch ne Genauigkeit, dass es halt dahin geht, wohin du zielst.